Hallo zusammen, ich hier ist wieder euer Chiller und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen, ja, Pet bzw. Gold Guide präsentieren. Es ist eigentlich so beides in einem. Und zwar geht es um ein Pet, das relativ viel Gold wert ist. Und zwar haben wir hier den dreckigen Schleim. Und diesen dreckigen Schleim, den packe ich jetzt mal hier in den Käfig. Dann könnt ihr nämlich gucken, was der in etwa wert ist. Jetzt schauen wir hier mal drauf, da Minimum Sofortkaufpreis sind jetzt 145.000 Marktwert. Das ist jetzt hier auf Antonidas 152.000 und regionaler Marktwert, das ist der Durchschnitt von allen EU-Servern. Das ist eigentlich den Wert, der am aussagekräftigsten ist, weil da die meisten Zahlenwerte dahinter stecken ist im Moment bei 114.000. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass das 25 ist und blau, blau ist es immer. 25 habe ich hochgelevelt, aber der ist auch auf Level 1 etwa in dem selben Bereich, also über 100.000 zumindest im Moment, wo ich das Ganze hier aufnehme. Wo bekommen wir den her? Und das möchte ich euch jetzt mal kurz zeigen. Wir müssen nämlich einen Secret-Extra-Boss in einer Instanz machen. Und zwar in einer Instanz, die sich Toll Dagor schimpft. Das ist dieser Laden hier, also sprich müsst ihr hier auf diese Insel und dann dort rein und dann würde ich sagen, schauen wir mal an, wo man das Ding genau bekommt. Ja, das erste, was ihr wissen solltet, ist, dass ihr in den mültischen Schwierigkeitsgrad müsst, denn nur dort könnt ihr das Petter halten. Als allererstes lauft ihr hier rein und zwar dann hier außenrum ums Wasser, denn wir wollen möglichst schnell in das Innere der Festung bzw. des Gefängnisses. Und die ganzen Mobs interessieren uns jetzt hier eigentlich reichlich wenig. Das erste, was wir machen müssen, ist hier den ersten Boss umboxen und der steht gleich hier vorne. Der ist ein bisschen nervig, weil der das Ganze hier ziemlich runterslowt, weil er sich ja immer wieder eingräbt und solche Geschichten. Deswegen haben wir den jetzt hier einmal rausgecuttet und jetzt laufen wir hier gerade durch. Wir biegen nicht nach links ab, denn wir haben uns vorher hier nette Schlüssel besorgt. Und mit diesem Schlüssel können wir quasi direkt hier dieses Gitter öffnen. Spart uns ein bisschen Zeit, ja. Die werden später auch nochmal wichtig, also wenn, dann braucht ihr auf jeden Fall diese Schlüssel oder ihr braucht einen Schurken. Eins von beiden, eine Schurke kann halt auch quasi alle möglichen Schlösser aufmachen und ja, dann braucht ihr keine Schlüssel. Aber die Schlüssel kann einen Schmied herstellen oder ihr könnt sie einfach, wie ich, mal Haar kaufen, obwohl ich Schmied bin, weil ich eine faule Socke bin und mir diese nicht selber herstellen wollte. So, dann laufen wir einmal hier hoch, ziehen diese ganzen Trashmobs hier zusammen. Ihr könnt die auch, wenn ihr jetzt mit der Gruppe ganz schwach aufgestellt seid, vorher umhauen, das bleibt sich gleich. Ist sogar gar nicht so blöd, weil die geben einen Debuff drauf, dass man 50% weniger Schaden verursacht. Eigentlich ist das gar nicht so clever, die alle zusammenzuziehen. Ihr seht, ich mache jetzt hier die nächste Käfigtür auf und zwar ist es die zweite von links. Hier haben wir die Endstation und dort hinten haben wir so einen kleinen Durchgang. Und da sind wir jetzt eigentlich dann schon dort, wo wir hinwollen und zwar, wenn wir hier am Ende der Röhre sind, ist ein kleiner Eimer hier. Und wenn wir den Eimer anklicken, dann können wir einen Boss beschwören und das ist quasi auch schon der Boss, der uns, ja, das Mount droppt. Und den, äh, Mount sag ich, das Pet droppt, so rum. Und ja, den hauen wir einfach um. Der droppt sich zu 100%. Es ist so, bei uns war es jetzt, wir haben sieben Runs gemacht, wir haben drei Pets gekriegt, also jeden zweiten Run haben wir quasi so etwa einen Pet bekommen. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, macht ihr die Trashmobs davor oder cleave sie hier einfach mit dem Boss mit weg. Das kann man so und so machen. Wie gesagt, die Trashmobs geben euch halt einen Debuff, dass ihr 50% weniger Schaden verursacht. Wahrscheinlich ist es sogar sinniger, die vorher zu killen, weil man hier dann sonst ewig rumbastelt. Und der Boss ist, ja, in dem Sinne nervig, weil er halt immer diese Voids auf den Boden macht, wo man ein bisschen rauslaufen muss. Aber schwer ist er jetzt an sich nicht. Wir waren jetzt hier mit so einer mittelgierten Truppe unterwegs. Wenn man natürlich hier high-end equipped ist, kommt man wahrscheinlich noch schneller durch. Wir haben so zwischen fünf und sieben Minuten pro Run gebraucht. Also quasi mit auch nochmal rauslaufen und allem. Wenn ihr hier wirklich Top Gear habt, denke ich mal, könnt ihr es auch weit unter fünf Minuten drücken. Und das vielleicht in drei, vier Minuten durchhauen, so einen Run. Und dann ist das natürlich schon relativ lukrativ her vom Gold. Also das kann sich lohnen, wenn ihr da so ein paar Pets verkaufen könnt. Und ja, das war es mit dem kleinen Video-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich so ein bisschen helfen. Sollte das der Fall sein, würde ich es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.